Ein herzliches Willkommen hier aus Magdeburg. Erstes Pflichtspiel für unseren RB Leipzig als Bundesligist. Wir spielen gegen den Viertligisten. Und das wird glaube ich nicht so einfach, wie das auf dem Papier aussieht. PS-DC Magdeburg ist schon so ein kleiner Favoritenschreck. Vor ein paar Jahren, ich glaube, da haben die mal die Dortmunder so geärgert. Kann mich aber auch irren. Balliak, ehemals Duisburg. Und das ist ein dickes Foul. Das gibt auch sofort die gelbe Karte. Wahrscheinlich haben wir sogar Glück, dass es nur die gelbe ist. Diego Demme, wie kann man denn da so reingehen gegen Beil? Normalerweise hätte ich das andersrum eher verstanden, wenn das Hacke-Beil den Demme foult. So, Leverkusen führt schon durch den Leihspieler. Nassim Ben Khalifa, dritte Minute. Freistoß kommt. Aber da ist Jonas Klein unser, ja, vielleicht neuer Stammtorwart. Da muss man einfach mal warten, wie die nächste Zeit so weitergeht. Sehr schöner Kopfball. Matuschka. Nach vorne. Werner. Werner muss abspielen. Werner spielt rüber. Paulsen. Paulsen macht ihn erstmal nicht rein. Und dann im zweiten Versuch. Nach Pfostentreffer. Macht das dann klar. Siebte Minute. Der Favorit ist in Führung. Das ist halt unglücklich. Wenn du dann so einen Pfostenschuss landest. Meistens wird dann eben geklärt. Hier nicht. Hier haben wir die zweite Möglichkeit. Und den kann er ja normalerweise gar nicht mehr daneben schießen. Ansonsten müsste er sich über seinen Beruf Gedanken machen. So, Magdeburg rennt natürlich jetzt der ganzen Sache nach. Ich denke mal, Demme, da müssen wir reagieren. Zumindest in Form eines Tackling-Verbots. Lass mich das gerade mal machen. Ich sehe das schon, wie der hinter dem hängt. Das ist schon nichts. Ich sehe schon, wie der da dran klebt. So, 25%. Das muss er irgendwie packen können. Matuschka. Das war ein Foul gegen Bayak. Da machen sie quasi im Doppelpack dem den gar aus. Paulsen. Gegen Lange ist um einiges schneller. Der verfehlt ihn. Paulsen. Flanke geht aber an Freund und Feind vorbei. Und dann hinten ins Aus. Ja, so Flanken müsste er noch üben. Oben sehen wir, dass Frankfurt 2-0 führt. Stefan Aigner gegen den FC Karlsruhe Siena. Kasselslautern führt in Bochum. Also jetzt ziehen seinen Stand alle nach. Sämtliche Top-Mannschaften. Balljagd. Sama fälscht ab. Und hinten sehr gut. Ja, das hätte auch laufen lassen können. Ein Beister für Hamburg mit der Führung. Ja, hier kann er spielen. In der Geglichkeit momentan außer Gefecht. Hat sich da schwer verletzt. Ich glaube sogar Kreuzmann triss. Ja, wir haben so viele Verletzungen momentan in Hamburg, dass man das schon mal verwechseln kann. Kann man schon mal durcheinander kommen. Schön auf Papa. Papa gegen einen Spieler mit einem sehr, sehr gewöhnungsbedürftigen Namen mit V. Gleich mal genau drauf gucken. Sehr schön von Werner. Ball kommt aber nicht an. Matuschka setzt schön nach. Torschütze Paulsen auf Werner. Versucht, den links rüber zu spielen. Aber alles zu ungenau. Ist zu ungenau. Demme. Demme sehr weit vorne. Das heißt jetzt nicht, wenn du nicht mehr tacklen darfst, dass du da vorne quasi auf Ausflug gehen sollst. Engelke mit den gelben Schuhen schmeißt sich dazwischen. Sehr schön. Wieder unser Defensivmann Demme. Der sich mit nach vorne einschaltet. Paulsen. Paulsen in die Mitte. Na, Timo Werner ungewohnt passiv. Dortmund jetzt auch in Führung gegen die Kloppenburger. Also Demme steht da gut im Raum. Ich hoffe nur, dass er keinen Quatsch machen wird. Das wollen wir uns hier selbst dezimieren. Kimmich nach vorne. Super. Pass. Aber Timo Werner kommt da leider nicht dran. So, Mainzer Führung. Ich denke mal Kickers. Das kann beides sein. Das kann Offenbach sein. Das kann aber auch Stuttgart sein. Paulsen. Paulsen vorbei. Paulsen in die Mitte. Matuschka. Und der scheitert am Keeper. Und bekommt hier nicht die zweite Chance. Jordan. Ball nach vorne. Schiller. Schlechte Abwehr. Werner. Matuschka ist aber zu langsam. Oder beziehungsweise der Ball ist zu steil gespielt gewesen. Abschlag vom Magdeburger Tor. Wir stehen einfach besser momentan. Die Pässe von denen kommen nicht an. Wir können das sehr oft schon im defensiven Mittelfeld abfangen. Werner. Ne, also Timo Werner gefällt mir noch überhaupt nicht. Nicht konsequent. Vorne. Und auch die Pässe. Da hängt es überhaupt noch. Sehr schön von Sama. Papa. Papa. Aber auch der schaltet sich sehr, sehr gut ein. Und da haben wir Dämme gesehen. Und jetzt geht er. Jetzt geht er. Der blöde Vogel. Vor kurzem schon mal vom Platz geflogen. Das war ein Testspiel. Dann macht er ein gutes Abschlussspiel. Gegen die Rumänen. Wird von Beginn an aufgestellt mit einer super Form. Ich sag noch. Tackle nicht so viel. Du Volldödel. Und was macht der? Ja. Jetzt war natürlich das Problem, dass wir jetzt einen weniger haben. in der zentralen hinten. Vor der Abwehr. Das muss Kimmich jetzt alleine schaffen. Und wenn das dann doch irgendwo zu hart wird. Tja, dann muss ich das. Dann müssen wir das umstellen. So, müssen die jetzt hier ein bisschen arbeiten. Dass der hier rein stößt. Und Engelki hier ein bisschen mehr vorgeht. Geht ja nicht anders. Matusch kam mehr nach hinten. Und ich denke mal, dass die das jetzt auch müssen. Das fing gut an mit dem Tor. Aber ich hab's ja irgendwo geahnt. Ich hab's irgendwo geahnt, dass mit dem nicht gut Kirschen essen ist. Zu übermotiviert. Die ganze Zeit. Gutes Kopfballduell. Timo Werner. Papa erst mal zurückgelegt. Kann man auch mal machen. Da ist er wieder. Der Grieche. Auf Matuschka. Treibt den Ball mal nach vorne. Versucht Paulsen zu finden. Aber der scheint in Macken-Mann-Deckung zu sein. Kimmich. Wieder Paulsen. Ball nach vorne. Linke Seite. Papa kommt da hin. Was macht er? Flankt den rein. Torwart mit der Faust. Gut abgewehrt. Samar mit dem Grottenpass. Lädt Magdeburg hier ein. Aber die haben da vorne keinen. Das ist halt das Problem. So, da müssen wir nicht mehr drauf gucken. Das war ein komplett schlechter Ball. Wir gehen mit 1 zu 0 in die Führung. Und auch in die Halbzeit. Tja, sehr früh. Sechste Minute danach ist eigentlich relativ wenig nach vorne passiert. Diese eine Chance, die Matuschka hatte. Das war's dann aber auch. Tja, jetzt werden die wieder schreien. Die sagen, Demme muss raus. Nicht unbedingt sofort verkauft werden, aber nicht in die Startformation. Wenn ich mir das so angucke. Das ist auch sehr viel Licht und Schatten bei. Tolle Spiele, schlechte Spiele, damit ein tolles Spiel und damit ein schlechtes. Das ist es heute. Konzentriert euch und wir sind ja in der nächsten Runde. Das sollte doch irgendwo machbar sein. So, hier wird man alles motiviert. Pausen können wir mal loben. Moral minus 2. Zeig mir einen Menschen auf dieser Welt, der moralisch down ist, wenn er gelobt wird. Zeig mir einen. Na ja, wir kennen ja dieses Spiel. Wir mögen es, obwohl es eben so ist, wie es ist. So, 3D-Modus. Gab's ja nicht so oft in der Vergangenheit. Und das gebe ich natürlich an euch weiter, wie ihr das gerne hättet. Welche Spiele wir zeigen wollen oder ich zeigen will für euch. In welcher Intensität die Spiele gezeigt werden sollen. Das ist ein Foul. Es muss auch eine Karte geben. Ja, zu Recht hat er sich beworben hier. Der Steffen Puttkamer um diese gelbe Karte gegen Timo Werner. Sehr, sehr harter Einstieg. Ja, Nick Schieber. Ich werde jetzt nicht den Witz bringen, von wegen der spielt in Dortmund. Düsseldorf schon 4-0 gegen Worms vorne. Schärchan macht eine 51. Das Tor am Matuschka mit dem Freistoß. Und da ist Paulsen einfach hellwach und nutzt diese Chance aus. 52. Minute. Das ist die siebte Minute nach wieder Anpfiff. Also eigentlich eklatant. Diese Schwäche von Magdeburg nach der Halbzeit. Oder beziehungsweise nach dem Anpfiff. Erste Halbzeit. Da sind die anscheinend noch nicht wach. Mit einem Mann mehr. Paulsen mit einem Doppelpack. Ja, sehr guter Einsatz von Werner. Kommt aber nicht hin. Vielleicht war es sein Glück. Beil. Beil. Sama. Ja, bei Sama habe ich immer so ein bisschen Angst. Der ist mir sehr lässig da hinten. Da ist er wieder. Mit dem Foul. Wird nicht gepfiffen. Das war jetzt blöd vom Schiedsrichter, weil das eben die gleiche Situation war wie eben. Auf der anderen Seite. Jetzt war ich nicht ganz so hart. Paulsen. Langes Ding rüber. Ich bin gespannt, ob er hinkommt. Müsste er eigentlich schaffen. Ja. Papa vorbei. Super gemacht. Flanke kommt. Da hinten ist Paulsen. Nochmal in die Mitte. Putkammer. Ja, das war wahrscheinlich erst 5-Sterne-Skiller. Ansonsten kann ich mir das nicht erklären. Das war natürlich wahnsinnig, wie der den Ball da verarbeitet. 60. Minute. Ich glaube, wir können mal in unsere Mannschaft reingucken. Mal, wer kann denn hier eigentlich außen spielen? Ich vermute, dass es nur Werner kann. Mit einer 71. Aber das machen wir mal. Paulsen wird müde. Schicken mal rüber. Und dafür kommt Weihrauch vorne in den Sturm. Für die linke Seite möchte ich ganz gerne Jopek sehen. Und Matuschka wird dann wahrscheinlich der dritte Wechsel sein. Da kommt Karason. Das machen wir aber nicht jetzt. Das machen wir dann, wenn wir hoffentlich sicher sein können, dass hier nichts mehr passiert. Da ist er. Steven Samar. Mr. Leichtsinnig. Hier wird er nicht bestraft von dem Viertigisten. Da muss er dann natürlich schon noch an sich arbeiten, wenn es dann in die Bundesliga geht. So, Doppelwechsel. Jopek und Weihrauch rein. Paulsen, der Mann des Spiels bislang raus. Und auch Papa. Jetzt haben wir zwei linke, frische und rechte Spieler. Super Ball nach vorne. Weihrauch war das sofort. Das war ja ein Glanzpass von außen von Jopek. Wahnsinn. Über 30 Meter nach vorne auf die Brust des neuen Stürmers. Und gut, der muss sich erst finden. 68. Minute. Die wir jetzt haben. Schönes Kopfball-Duell gewonnen. Da ist Weihrauch. Auf Werner. Guter Pass. Jopek ist ja noch fit. Der ist flink. Und wird jetzt gestört. Das müsste Ecke geben. So ist es auch. Von Matuschka natürlich getreten. Von wem sonst. Vorne haben wir ein paar große Jungs. Ich glaube Engelke ist mitgekommen. Ja, im Endeffekt war die Ecke aber nicht gut. Kimmich klärt das erstmal nach vorne. Da gewinnen wir zumindest ein bisschen Zeit. Da ist er wieder. Joshua Kimmich. Also der macht ein gutes Spiel. Ich hoffe, er bekommt es auch von der Note nachher zugeschrieben. Fuchs. Baljak. Das war ein schlechtes Ding von Jordan. Matuschka auf den Weg nach hinten. Biteriti. So heißt der Spieler von Magdeburg. Den hatten wir doch auch schon mal angeguckt, meine ich. Ja, nicht gut von Engelke. Nicht gut von Engelke. Jetzt müssen wir da hin. Baljak. Jonas Klein klärt. Und dann wieder so eine riskante Geschichte da hinten. Also Leute, das kann einem nicht gefallen. Weihrauch wird gefault. Es gibt eine Karte. Nicht. Aber zumindest den Freistoß. 77. Minute. Friebertshäuser. Cooler Name. Für Christopher Reinhardt. Und ich denke mal, wir machen jetzt auch den letzten Wechsel noch. Was ist mit Werner los? Irgendwie gefällt er mir nicht. Das ist nicht der Timo Werner, der in der 2. Liga so gerockt hat. Also das ist nicht seine Vorbereitung. Definitiv. Das ist wieder Beil. Beil gegen Samar. Das geht zu leicht, aber er ist komplett konsterniert. Der spielt da nochmal raus, anstatt durchzulaufen. Aber das ist eben auch der Fußballmanager. Da kommt Karason. Für Matuschka in die Partie. in der 82. Und ja, das heißt doch eigentlich, dass hier nicht mehr viel passieren kann. Sandhausen 4 zu 4 gegen Leverkusen. Also da riecht es schon so ein bisschen nach der ersten Überraschung. Samar. Das hat er jetzt mal schön nach vorne gespielt. Jopek. In die Mitte. Karason. Karason nach vorne auf Weihrauch. Was macht er jetzt? In die Mitte. Werner. Und Timo Werner kann eben doch Tore schießen. Da kann der eine 4,5 haben vorher. Komplett egal. 3 zu 0. Das ist natürlich die absolute Entscheidung. Jetzt können die nichts mehr nachlegen. Schön gemacht. Also nicht selber drauf gekloppt. Sondern die Übersicht behalten. Und nochmal in die Mitte gespielt. Und das macht er dann einfach. Das macht er dann einfach rein. Und dann ist gut. Weihrauch. Lässt sich von Beck den Ball abnehmen. Aber wir haben da eben hinten dann doch Leute stehen, die es ausbügeln können. Kimmich hat es super gespielt. Also als alleiniger Sechser. Da haben wir Dämme gar nicht vermisst. Um ehrlich zu sein. Abpfiff. 3 zu 0. Standesgemäßes Spiel. Magdeburg. Mit einer. Höchstens zwei Chancen in diesem Spiel. Und das reicht dann eben nicht. Eine ist es gewesen. Das reicht dann eben nicht. Gegen 10. Leipziger. Hätte ich mehr erwartet. Ganz ehrlich. Also diese Euphorie natürlich des Pokalspiels. Und es stand ja nur 1 zu 0 als Dämme vom Platz flog. Das war dann eine Halbzeit, die wir mit 10 Mann spielen müssen. Und trotzdem kam so wenig von denen. Das waren eben die beiden Schlüsselmomente. Sechste Minute. Das 1 zu 0. Und dann nach der Halbzeit auch wieder sieben Minuten nach Anpfiff. Das zweite Tor von Paulsen. Und ja, letztendlich. Dann in der 87. Das war nicht mehr entscheidend. Da war das Spiel auch schon gelaufen. Da sehen wir die ganzen Ergebnisse. Da gucken wir jetzt aber gleich drauf. Ganz in Ruhe. Und das machen wir, wie gesagt, im Nachbericht. Bis gleich.